16. Aussagenkombination Welche der folgenden Aussagen zur Benzodiazepinabhängigkeit trifft, treffen zu. 1. Abhängigkeitsstörungen von Benzodiazepinen sind selten und treten in der Regel erst nach 6 Monaten Gebrauch auf. Das stimmt nicht. Gerade Benzodiazepine haben ein hohes psychisches und physisches Abhängigkeitspotenzial. Und es kann schon nach kurzer Zeit zu einer Abhängigkeit kommen. Und deshalb werden Benzodiazepine in der Regel nicht länger als 2 Wochen verschrieben. Und da natürlich immer unter ärztlicher Aufsicht und vor allem ausschleichend, denn die Entzugssymptome sind natürlich dann auch da und dementsprechend stark. Also 1. Stimmt nicht. 2. Die Halbwertseiten von Benzodiazepinen haben keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Auftrittens von Entzugserscheinungen. Auch das stimmt natürlich nicht. Und dazu müssen wir erst mal wissen, was Halbwertseiten überhaupt bedeutet. Das ist praktisch die Zeitspanne, in welcher die Konzentration eines Medikaments im Blut, in der Regel ist das das Blutplasma, was da gemessen wird, auf einen halben Wert absinkt, also auf 50% der ursprünglichen Konzentration abfällt. Also wo praktisch die Hälfte der Atome zerfallen. Und dementsprechend, ob es jetzt kurz-, mittellang- oder langwirksame Benzodiazepine sind, die praktisch bis 24, über 24 und teilweise über 48 Stunden wirken, ist die Halbwertszeit entsprechend unterschiedlich. Ja, also zweitens stimmt auch nicht. Drittens, durch kontrollierte und zeitlich begrenzte Verschreibungen lässt sich das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung verringern. Und das stimmt. Wie gesagt, in der Regel so bimal Daumen, maximal so zwei Wochen und natürlich immer unter ärztlicher Aufsicht. Also drittens stimmt. Viertens, Risiken des langfristigen Gebrauchs von Benzodiazepinen sind neben der Abhängigkeitsentwicklung Sturzneigung und kognitive Einbußen. Auch das stimmt. Und das schauen wir uns jetzt mal an in einem Überblick. Da können Sie es auch noch mal kurz lesen. Dann können Sie sich das auch besser merken. Ja, hier haben wir die Psychotropensubstanzen und wir sind hier bei den Sedativa Ota Hypnotica, zum Beispiel Benzodiazepine. Und bei der Aussage 4 ging es um Abhängigkeitsentwicklung, Sturzneigung und kognitive Einbußen. Abhängigkeitsentwicklung, ja, psychisch und auch körperlich. Und hier haben wir bei längerer Einnahme unter anderem Dysphorie, Gleichgültigkeit, psychische Leistungsminderung, ja, Vergesslichkeit, Appetitlosigkeit, Verwirrtheit. Und damit natürlich ist die Sturzgefahr oder Sturzneigung auch erhöht, insbesondere bei älteren Menschen, wo der Wirkstoff nicht so schnell mehr abgebaut werden kann und natürlich dann auch noch mit anderen Medikamenten interagiert. Also viertens stimmt. Fünftens, in der Substitutionstherapie hat sich Methadon bei Benzodiazepinabhängigkeit bewährt. Methadon, das ist ein synthetisch hergestelltes Obioid. Und das ist praktisch ein Ersatzmittel für Heroin, aber hat nichts mit Benzodiazepinen zu tun. Also was stimmt jetzt bei 16? Bei 16 stimmt. Drittens, durch kontrollierte und zeitlich begrenzte Verschreibung lässt sich das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung verringern. Und viertens, Risiken des langfristigen Gebrauchs von Benzodiazepinen sind neben der Abhängigkeitsentwicklung Sturzneigung und kognitive Einbußen. Und damit stimmt die Aussage B wie Berder. Ich empfehle Ihnen zu den Benzodiazepinen insbesondere nochmal zu gucken wegen der Abhängigkeit. Das ist immer wieder gefragt worden in der Vergangenheit bei der schriftlichen Überprüfung. Merken Sie sich in diesem Zusammenhang auch ein paar Namen. Das ist das bekannteste wahrscheinlich ist Valium, also unter dem Wirkstoff Diazepam. Oder was ich auch häufig auf der Akutstation erlebt habe, was bei starken Erregungszuständen, bei starken Angstzuständen verabreicht worden ist. Das war Tavor. Aber wie gesagt, schreiben Sie sich da ruhig ein paar Wirkstoffe bzw. auch Handelsnamen auf, damit Sie dann eventuell auch in der mündlichen Überprüfung da schon ein bisschen vorbereitet sind. Und diese nennen können, weil Benzodiazepine ist ein Problem hier in Deutschland von der Abhängigkeit. Und da sollte sitzen insbesondere eben auch die Symptome. Und da es nicht nur zur Sturzneigung kommen kann, sondern in Verbindung mit anderen Drogen, insbesondere mit Alkohol, auch tödlich verlaufen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie das wissen, dass Sie das erkennen und wie man dem vorbeugen kann bzw. was in solchen Fällen zu tun ist. Also bei 16. stimmt die Aussage B.